recht herzlich willkommen zur folge 149 von simotrans ja spielstand ist geladen letztes mal das sägewerk angeguckt das war alles prima gehen wir mal einen schritt weiter gucken wir mal hier rein alles ist hier angeliefert ich glaube wir hatten ja aber schon reingeguckt kann das sein und das war alles festland nachher genau und einer vom festland wird sogar benutzt und das ist hier in schwerin einer weil da stehen ja auch schon bei lkw sind die fahren dahin okay das nur so am rande gut das sägewerk ist klar dann hatten wir da oben noch eine kiesgrube oder wird weiter den steinbruch da ist noch ein gasbetonwerk was nichts kriegt und das liegt da ok gehen wir mal zurück alle anderen kriegen das heißt es gibt hier eine linie die die steine irgendwo hin fährt wo osnabrück zweig bahnhof wo ist osnabrück zweig bahnhof das hier unten was man wollte zweig bahnhof ist hier gut steine wenn alle noch da angeliefert gut und dann geht die reise weiter in die weite welt wer nimmt denn da auf wieder zug sandwestfalen der ist wahrscheinlich auch geeignet für schüttgut also auch für steine meine ich okay das heißt das geht von da bis nach da nur dieses gasbetonwerk kriegt dann wo sind denn die anderen das ist dort oben das ist da das überhaupt nicht angeschlossen ist aber hier auf der karte das ist beliefert wird oder sehe ich das falsch ach so weil der hafen der 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 v er liegt hier drin alles klar kriegt auch steine hat sand kriegt eigentlich auch steine sind aber gerade keine da interessant zement könnte kompliziert werden so dass was nichts hat ist dieses das ist gleich nebenan machen wir mal zu und da auch zu und das ist ein schicker zug der schüttgut macht oder ja und das ist ja wenn die kohle weg und bringt dann dass hier auch wieder in der schüttgut 1 2 3 4 5 6 7 8 würde bedeuten wir können einfach hier neben doch einfach noch einen hafen machen also ein lkw station hier so oder depot dahin und köln neben bahnhof könnte dann auch funktionieren ach so wir haben ja offen so und dann von da nach da einfach bringen und dann ist doch auch prima oder wo haben wir jetzt hier ein dingens da unten ist ein depot wir haben wir da ein schüttgut lkw drauf da haben wir schüttgut der mullenkipper ist das ist das auch schüttgut ja ist es 85 tonnen 43 höchstgeschwindigkeit und der hat 21 tonnen natürlich ziemlich viel mehr kostet aber auch so viel mehr wenn wir hier vier mal nehmen wir 84 tonnen kostet die reise 20 euro irgendwas bei 22 euro 80 da ist der dann doch billiger der ist allerdings schneller gegenüber dem das ist nur eine kurze strecke in anführungsstrichen der kostet 25 hat 20 tonnen das ist schon stück gut einer von den dreien so könnte es sein dann er führt nur 43 kmh der hätte 80 bei 20 euro 80 ist ja fast zu überlegen den zu nehmen zack fahrplan von dort nach dort erster halt voll neue linie lkw köln neben bahnhof stopp nach köln gas beton werk betriebshof passt ok und starten das ist ja das nö raus ist ja schon irgendwo muss er sein sehe ich ihn jetzt nicht mehr leider das ist ja auch ne oder ja das war jetzt auch eine tolle idee den können wir gleich zum depot schicken weil da ist gar kein anhänger hinter da kann man auch ein hinterher würde ich mal sagen oder der der es gab sogar ein auflieger 45 tonnen schütt gut rechnet der sich denn der kostet 2 und selbst ich weiß nicht welcher der richtige ist das wären 11 8 rechnet sich genauso wenig wie der andere auch so der 3 euro 10 nur der geht leider nur ok starten wir den so jetzt haben wir da oder gut wunderbar erfährt die kohle durch die gegend ich habe noch nichts angeliefert nein das ist noch nicht so jetzt möchte ich gerne hier reingehen und dann hätte ich gerne den steinbruch der da hinten ist der ist es nicht der ist es auch nicht sondern der ist es so da steht jetzt nichts wohin kriegten die noch alle was jetzt kriegen sie alle gar nichts ok ne das war jetzt verkehrt den noch mal offen lassen doch noch mal dahin nein der war es nicht sondern der war es gut das zu die möglichkeit dass der was kriegt besteht jetzt hier über den lkw wieso lädt er das dann nicht drauf hole kraftwerk weiß auch wieder keiner gut ok das war die sandgrube da oben haben wir noch einen nutzwald oder auch zwei gucken wir mal gerade hier rein papierfabrik da und papierfabrik dort ja die ist noch gar nicht angeschlossen jetzt haben wir das natürlich wieder zu gemacht da ist auch noch eine druckerei entstanden sehr schön so dann der nutzwald das sägewerk kriegt bestimmt das sägewerk weiß ich nicht ob das das kriegt papierfabrik kriegt auch das und das sägewerk kriegt auch da sieht super aus da unten alles blockiert das wollen wir sofort aufräumen wo ist hier das problem das liegt in dieser richtung ja da ist auch noch blockiert da auch noch blockiert geht da die blockade weiter ist bis dahin blockiert meine will ich glaube in dem stau stecken alle unsere züge da warum ist er denn jetzt hier blockiert hm lupe ist an ja lindow tankstelle betriebshof lindow tankstelle betriebshof der will hier unten eigentlich lang kann aber nicht oder wie sehe ich das warum fährt er das gleis rein da steht auch noch einer und ist blockiert der will nach hier unten und da ist schon einer zugegen oder was da fehlt hier eine ausweiche wohl oder so ne ganz einfach machen wir die mal schnell ich glaube das gleis ist zu schnell da ist nun liegt nur das genau so ist es gut jetzt waren sie wieder wahrscheinlich auch alle der ist nur blockiert steht auf jeden fall keine ahnung warum er noch blockiert ist eigentlich müsste er doch auch fahren oder einmal die lupe an einmal reingeguckt ist das blockiert weg nein das steht da wohl noch hinter ich drehe mal gerade die karte dann sehen wir das besser da steht tatsächlich noch blockiert aber warum ist der blockiert er müsste doch bis hierhin fahren können oder warplan tankstelle ist doch frei so der fährt jetzt aber keine ahnung warum es so war dass er nicht fahren durfte gut so der ist angekommen fährt weiter geht jetzt wieder so hat man unsere standard ansicht und zwar fahren wir uns hier noch eine karte da ist eine ausweiche da kommt auch einer der bringt es jetzt weg da fahren auch alle wieder da dreht sich auch alles da ist noch blockiert aber da bewegt sich ja jetzt okay das ist noch ein bisschen der bandwurm der da sein eine zeit braucht bis es dann auch wieder frei ist wenn er jetzt gleich hier frei gibt so jetzt sollte er hier auch frei kriegen ne ja passt läuft wieder jetzt weiß ich nicht mehr wo wir stehen geblieben sind irgendwo sind wir hier gewesen oberhalb waren wir das steht auch schon mal fest war das das sägewerk was ich gesehen habe oder so ich weiß nicht mehr hier waren wir glauben oder was liegt hier jetzt kohle alles nur kohle papierfabrik irgendwo war hier eine papierfabrik möbelfabrik irgendwo war hier eine papierfabrik die beliefert werden sollte finde ich aber gerade nicht vielleicht ist die hier und ich habe sie gerade nur wieder nicht gesehen das ist eine papierfabrik oder was ne gasbetonwerk das wird beliefert da ist die papierfabrik und das war der irgendein nutzwald war das oder von wo wir ausgekommen sind ja der war das und das ist dann auch schon mal klar so der nutzwald wird die papierfabrik und noch ein altes sägewerk ach das ist auch da vielleicht war es auch das was wir angeklickt haben also das wird ja beliefert das sägewerk dann müsste das eigentlich auch von da drüben aus beliefert werden können oder lkw fährt da lang kommt da auch grad weiß was da sieht es natürlich super schlecht mit der straße aus dann wollen wir doch mal erstmal gucken dass man das ein bisschen aufpippen hier so jetzt fährt der lkw ein bisschen schneller wir fahren also auch in der kolz lang so der kommt jetzt das älgewerk und das sägewerk beliefert dass die papierfabrik nicht und das alte sägewerk auch nicht ist natürlich beides übersee er lädt jetzt ist auch voll und fährt wieder produziert wird auch zweiter lkw ist da auch unterwegs so papierfabrik und altes sägewerk ist auf der anderen seite die beiden lkw fahren jetzt wohin aber wir müssten mal hier reingehen welche linien sind es nur eine lkw die holz nordwestfalen fährt die fahren von dort da hoch nach da man das hier zu irgendeinem sägewerk wahrscheinlich ich gehe mal von aus dass es hier sein wird was machen wir da gute frage ne also ich glaube die straße können wir erstmal verbessern damit die müssen schneller fahren machen sie doch mehr oder oder sind die sowieso schon an ihrer grenze 60 km aber die lkw es waren sowieso nicht schneller drauf sind das brachte also nichts in die straße zu revolutionieren was haben wir denn für lkw es gehen wir mal hier einmal auf bretter das ist ja schon dann das richtige haben wir einmal ein sattelschlepper und ein gelenkzug sattelschlepper kann 110 km fahren und 65 tonnen langholz vorbei 40 tonnen 3 9 euro 10 das sind 75 tonnen langholz mit den jens masch zug maschine 5 euro ja das ist dann die zug maschine die neuere 8 euro 8 euro das wird der 6 10 9 euro 10 oder so fährt der dann 7 euro 50 wieso fahren die da oben nur 80 km ja oder sind das schon noch ältere trucks die ich da habe und diese sind dann schneller tja ich glaube wir lassen hier einfach fahren hochzinuckeln tut das ja eigentlich alles ne 50 jetzt wird er 60 das muss eine alte zug maschine dann sein ja ist ja auch hier blau ne sagt das ja rkw holz nordwestfalen kommt zack zack und lkw holz nordwestfalen fahren wir mal dreimal dahin dann sind es insgesamt vier mal alles klar starten mal gut und dann gucken wir mal den an den schieben wir mal zum depot den haben wir nicht erwischt aber den habe ich wahrscheinlich hier offen der kann dann auch zum depot gucken wer da noch kommt da kommt noch einer nordwestfalen auch zum depot das waren jetzt schon dreier das ist der vierte fährt auch zum depot auch zum depot das waren dann zwei lkw bretter das sind andere route ist aber wahrscheinlich auch veraltet das sind auch ein lkw bretter der steht da drin was haben wir hier noch für ein lkw bretter westfalen sonst steht hier keiner drin okay dann passt das erstmal schau mal dann müssen wir nochmal in das depot rein wo war das hier war das ja genau da die mir ist lkw westfalen lkw holz westfalen da so jetzt starten wir die alle noch kein fahrplan vorhanden super haben wir falsch gemacht mit dem kopieren alles klar deswegen funktioniert das nicht gut die sind alle auf der reise und jetzt müssen die anderen hier rein kommen keine ahnung was das für alte möhren hier sind ja das sind 20 tonnen und 16 tonnen langholz lkw mit anhänger alles klar einmal ins depot also noch offen ist nicht offen da rein 16 tonnen so die sind wir schon mal los eigentlich müssten wir noch mehr lkw kommen oder sehe ich das falsch da ist schon der erste auch weg noch ein fahrzeug verband da zweiter auch noch so da kommt noch einer und das club der letzte ne der fährt woanders hin der hat da noch nicht mal was mit zu tun das waren schon alle alles klar gut zu zu auf zum nutzwald 19 mal holz ist dann da kommt der erste angefahren ich stehe mir alle schon schlange gut zu tun gut zu tun auch und den wähler passt so der wert der kommt wird beladen der wald produziert etwas schlecht auch hier ist er maximal 89 einheiten pro monat kann er produzieren so viel macht er aber gar nicht weil wahrscheinlich zu wenig lkw so merke kommen oder was oder weiß ich nicht gut hier läuft alles prima bis auf hier haben wir noch nicht angeschlossen naja ok wie ist es hier läuft wird produziert fahren die loks eigentlich hier immer permanent hin und her oder warten die auf voll die wartet auf voll da haben wir eine alte und eine neue oder was beide machen das gleiche naja ok lassen mal so gut stellt sich die frage ob wir hier sinnigerweise nicht das damit anschließen würden und dann das holz irgendwo hin transportieren ne weil wir fahren das ja halb durch die welt jetzt hier ne na aber auf der anderen seite hat es sich wohl gerechnet oder rechnet es sich 1545 muss man mal gucken ja gut ok dann würde ich aber erstmal sagen soll es für die folge wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr in der nächsten folge dann wieder mit dabei seid gut die nächste folge ist übrigens die 150 und das ist dann eine personen beförderungs ja folge würde ich mal so sagen ne ok bis dann tschüss bis dann 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 Untertitelung des ZDF, 2020